Musik Die Klostermetzgerei Haas AG ist ein traditionelles Metzgereigeschäft mit Hauptsätzen St. Urban. Weitere Verkaufsstellen finden Sie im Einkaufszentrum Tichboden in Oftringen, in Lotzwil und jeden Samstag auf dem Markt im Zentrum von Solothurm. Die beiden Geschäftsleiter Robert Haas und Daniel Käser sowie ihre 30 Mitarbeiter setzen sich täglich mit all ihrem Wissen und Können für Sie ein. Das Resultat? Spitzenprodukte, die weit über die Region hinaus bekannt sind. Bereits bei der Beschaffung unseres Rohmaterials haben wir ganz klare Vorstellungen. Artgerechte Tierhaltung und Fütterung, kurze Transportwege und der persönliche Kontakt zu unseren Lieferanten sind uns wichtig. Die langjährigen Beziehungen sind geprägt von Vertrauen, Achtung und Zuverlässigkeit. Unsere Gewürze kaufen wir alle in reiner Form ein. So ist eine optimale Qualitätskontrolle möglich. Nach uralten Hausrezepten werden alle unsere Gewürzmischungen selber hergestellt. Diese werden mit sorgfältig auserlesendem Rohmaterial zu Spitzenprodukten verarbeitet. Wir investieren in die Zukunft. Aus- und Weiterbildung sind für uns ein Muss. Immer wieder machen Lehrabgänger aus unserem Betrieb mit Top-Resultaten auf sich aufmerksam. Und auf